Dieses kleine Stück Watte hat vielleicht mehr für die Freiheit und das Selbstbewusstsein der Frau getan, als jedes andere Produkt. Denn ein Tampon ist nicht nur sicher, er macht sicher. Deshalb spreche ich für OB. Denn ein OB bleibt nicht außen vor wie eine Binde, sondern nimmt die Regel ganz natürlich da auf, wo sie passiert, im Innern des Körpers. Man sieht nichts, man riecht nichts und außen bleibt alles angenehm sauber. OB, damit die Regel sauber und diskret abläuft.